äh hä bin ich jetzt im kreis gelaufen ich will mich an den spiel eigentlich verarschen wo muss ich denn hin aha vielleicht weil ich jetzt die schlüssel habe das kann natürlich sein obwohl hä Moment mal von hier bin ich jetzt gekommen das ist jetzt aber echt seltsam wo muss ich denn hin nein ach jetzt ist die Tür offen ich höre gerade eben noch zu ach von hier bin ich gekommen aha ja gut aber wo muss ich denn jetzt hin ah der Fahrstuhl der Fahrstuhl da muss ich jetzt hin aber das ist ein bisschen doof äh ohne eine geisel die ich jetzt wahrscheinlich haben sollte habe ich jetzt eigentlich ein Problem glaube ich es sind mehrere brauchen Verstandung hey du stehen bleiben weg mit der Waffe okay was sind das denn für Typen wo kommen die denn jetzt her da okay jetzt brauche ich meine Waffe glaube ich weil hier wird rumgeballert und da sind keine Bankangestellten ich ballere den hier rum und wieso oh und was was gibt es denn da ah hi okay oh man ich hab kein Leben mehr nein ich muss nachladen oh mein Gott schnell schnell heilen schnell heilen ja alles klar gut alles safe alles safe alles safe alles safe oh Schrotgewehr yeah baby jetzt gehts ab hier bin ich da raus nein die Tür ist zu alles klar oh hi Klappe da ah der ist direkt geflogen gibt hier irgendwo vielleicht was mitnehmen man weiß ja nie scheinbar nicht wow du musst zielen lernen das hab ich echt ein bisschen verlernt weiter geht weiter geht da kann ich nicht hin okay oh was ist denn hier passiert oh hi keine Munition mehr das war's mit der Waffe Zentrale hier Marken 5 ein Team ist bereits vor auf verstanden Waffen 5 bleiben in Kontakt boah man merkt dass das Spiel jetzt schon ein bisschen älter ist mit was lassen sie ihre Waffe fallen stellen nur einen Arm geht so aus Steve Rowland ich verhafte sie wegen Mordes an William Sheridan oh ok 20 Uhr unter Arrest Brooklyn sie haben das Recht zu schweigen alles was sie von nun und sagen kann vorgleich gegen sie verwendet werden sie haben das Recht an ich hab mein Gedächtnis verloren ich weiß nicht was was ist hier der beste Anwalt wenn man sich an nichts erinnern kann 8 Uhr ab Secret Office aus der FBI wirklich oh wir sind im FBI alle wissen wer ich bin nur ich selbst nicht sehr geil sehr geil würden sie keine FBI ergänzen in der Aussage haben sie behauptet dass sie sich nicht wie ein Killer fühlen rührend aber sie werden verstehen dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann für mich zählen Beweise und die sind erdrückend die Bilder bitte oh wir wären dann da rechts rum bitte wer ist denn das schauen sie sich dieses Foto an sehen sie den Einschlag am Hinterkopf wo ist die Kugel ihrer Meinung nach hergekommen aber guck mal da rechts steht jemand mit der Waffe sehen sie es liegt genau in der Schusslinie ja aber gucken sie mal da rechts und wen haben wir hier oh nun muss ich erst einen Spiegel besorgen oder wollen sie endlich die Tat gestehen schon reingelegt worden ich bin reingelegt worden guck mal da rechts guck mal da rechts guck mal da rechts schlechte Nachrichten Colonel Amos Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden die Jungs dort bestätigen dass ihr Mann vor zwei Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde und dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben was 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 zum Teufel geht hier vor war nämlich die Person dahinten äh da rechts aber wie so war hä ich bin reingelegt hey nicht bewegen ich werde dich von den Handschellen befreien ähm ok aber wer bist du schön dich zu sehen Steve ihr kennt mich wer bist du sag mal wer du bist hör zu Mongoose hat dich entdeckt wir treffen uns auf dem Dach und lass die FBI Männer am Leben ok na gut die Frau aus der Bank die Frau aus der Bank ah mit ja ok das war die aus der Erinnerung alles klar was ist das was kann ich da aufnehmen irgendwas ich aufnehmen kann was war das ach so ah ich kann den PC benutzen alles klar ok aber da finde ich nichts raus oh da liegt was auf dem Boden Hallo ein Dokument ok kann ich das Dokument auch irgendwie lesen also beim Ernst kann ich das irgendwie lesen äh scheinbar nicht hier vielleicht nö ok was sind das für Dokumente die ich da habe keine Ahnung ok wir nehmen mal den Stuhl mit Checkpoint machst du Witze? warte wir haben gerade die Tür hochgejagt oder? hm? was? haben die eine Ahnung mit wem sie es zu tun haben? das war ein bisschen laut glaub ich das war ein bisschen laut glaub ich haben die aber nicht mehr also die K.I. ist jetzt echt hier in dem Spiel noch nicht schon ausgereift ok was kann ich hier raus? ähm was? ok wer macht denn sowas? wer baut denn sowas? wer baut denn sowas? egal mal 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 la 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 lala nicht der intelligenteste wow Ey, der ist weggerannt. Verdammt, hat mich gesehen. War das jetzt hier auf? Okay, da war was schön Nettes drin. Danke dafür. Kann ich in dem PC benutzen. Game over? Was? Okay. Okay. Hier hat jemand gerne Burger, habe ich so das Gefühl. Okay. Wo ist der jetzt hingerannt? Ist hier jemand drin? Hallo? Großes Medipack aufgesammelt. Ah, nice. Nice, nice, nice. Was ist denn da? Kann ich da reingucken? Oh, hi. Kann ich da rein? Was ist das denn da? Lichtschalter. Kann ich den benutzen? Ja. What the fuck? Ähm, okay, cool. Was macht denn die das hier? Da muss doch irgendwo secret sein. Hier ist doch irgendwas. Hier. Achso, da kommt sie wahrscheinlich her. Dadurch ist... Oh, warte mal. Was? Achso, da ist aber nix. Das ist auch nix. Okay. Okay. Schade. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Nein. Boah, überall umgucken. Überall was versteckt sein. Aber ist ja nie. Aber leider ist hier mal einfach gar nix. Hä? Okay. Gut, gut. Gehen wir weiter. Joa, gut. Gut, gut. Aber interessant, warum macht... Also, das ist echt interessant hier. Da kann ich nicht rein? Okay. Wow. Ne, ne, keine Sorge. Ich schieße nicht. Aber weißt du, was ich mache? Ah, ne, weißt du, was ich mache? Ich nehme mich als Geisel, mein Freund. Kann ich das machen? Geht das? Wie geht das denn? Hallo? Da kann immer noch ein roter... Jetzt. Ja. Nein, jetzt. Hä? Waa? Wie funktioniert das denn? Ich weiß nicht, wie das geht. Wow. Ich nehme das. Tschüss. Die Stimme kenne ich doch irgendwer. Bitte was? Raketenwerfer. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier wirklich weg. Ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Was ist denn das? Tiefenstein oder was? Scheinbar ja. Nein, ich will dich nicht erschießen. Du bist doch ein... Nee, will ich nichts tun. Kommt ihr verstanden? Nein, wir sollten die Position halten. Oh, oh. Oh, oh. Kann ich das nehmen? Ja. Zack. Wow. Hi. Das ist grün für einer. Kopfschuss. Ey, du übernimmst einfach Kopfschuss. Was ist denn da los? Ah, da ist noch einer. Tschüss. Dich darf ich nicht töten, glaube ich. Was bist du für einer? Ein Böser? Nein. Aber du. Tot. Auf Wiedersehen. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Gut, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir auch was. Jetzt haben wir hier was. Jetzt haben wir hier was. Jetzt haben wir hier was. Jetzt haben wir da was. Warte mal gleich was anschalten. Das wäre geil. Das ist ja weg. Leider geht das nicht. Das ist schade. Oh, eine Knarre. Yay. Sprechen wir uns mal ran. Hauen den... Den nehme ich mal als Geisel jetzt. Wieso funktioniert das denn nicht? Das ist alle Kacke hier. Ich muss den Minipack nehmen. Tschüss. Und noch eins. Oh, das hat aber gut funktioniert. So. Ich möchte da rein. Ja. Okay, guck mal was hier drin ist. Da waren wir noch nicht. So. Dieses Let's Play wird übrigens auch wieder gleichzeitig gespringen. Es wird aber auch Let's Plays geben, die ich als Stream direkt so rausgebe. Also als Let's Play direkt so rausgebe, sag ich mal. Ah, dann haben wir hier den Zimmer. Aber jetzt bin ich da drin, wo ich rein wollte vorliegenden Zeit. Aha. Okay, jetzt bin ich dann auf der Seite hier, ne? Wo ich halt nicht durchkomme. Aha. Was ist denn das hier? Okay. Interessant. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Das ist jetzt die große Frage. Kann ich hier lang? Warum baut man denn sowas? Weil man nicht so schnell fliegen kann, oder was? Hier kann ich auch nichts machen, alles klar. Jo, dann gucken wir mal weiter. Dann gucken wir mal weiter. So, dann kann ich hier rein. Ach ja, dann sind wir hier. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Genau, dann zieht die Türe, die Zua. Alles klar, dann müssen wir hier rein. Raketenwerfer. Was zur Hölle geht hier vor? Wow, was, 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 was? Warum hab ich mich jetzt erschrocken? Alter. Ja, ich hab auch wieder eine Schrotplinte, oder? Yay. Und dann haben wir auch Munition. Nice. Okay. Ich kann eigentlich nichts machen. Hi. Hi. Checkpoint. Okay. Hallo. Was ist hier los? Wo bin ich hier? Er ist es. Wir haben ihn. Was? Ah, da. Hallo. Hallo. Was? Also, wenn ihr ein Mensch überlebt, dann einen solchen Schrotplintenschuss. Okay, die Brau mit braunen Jacken halten wir schon mal ein bisschen mehr aus. Oh, keine Munition. Ah, da, nachlassen. Zack. Ich hab nicht so viel Schrotmunition. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die Läden sieht aber noch gut aus. Wo muss ich denn hinten? Oh Gott, hier sind so viele Wege. Gucken wir erstmal hier. Ah, da geht's nach unten. Nach unten muss ich wahrscheinlich. Also gehen wir erstmal da nicht lang. Gucken wir erstmal, was hier ist. Oh, keine Munition mehr. Waffe wechseln. Kann ich hier rüber? Ja. Okay. Danke für die Munition, Jungs. Hä? Was? Wo? Alter. Und tschüss. Hoppel ist tot. Da geht's auch runter. Alter, wie viele Wege gibt's denn hier? Alarm! Oh! Der hat ne Schrotflinte! Alarm! Ich bin hier in den Ölgarten! Was habt ihr denn für ein Problem mit mir? Ich hab das ein bisschen gemacht, verdammt. Alle meinen, also irgendwelche anderen Typen und das FBI, weil das was von mir. Alle wollen was von mir. Was ist denn hier los? Ich hab ein Minipack aufgesammelt. Ich denk mal heilen. Das verbrauchen wir jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, wie das heilt. Wo zum Teufel muss ich denn hier hin? Das eine Sackgasse nach der anderen? Hab ich eigentlich sowas wie ne Map vielleicht? Nein. Okay. Das ist auf jeden Fall dunkel. Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Ey, unten war aber auch noch... Verdammt, ich hab nicht alles gesehen. Hundertprozentig nicht. Das hatte so viele Wege, der Typ. Folgen Sie Major Jones. Jones darf nicht sterben. Oh, hat's da viele Wege gehabt. Oh, hi. Aber darf ich nochmal... Ich darf nicht zurück, ne? Hi. Oh Mann, ich hab bestimmt was übersehen, ey. Hi. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind sie? Ich bin Major Jones. Ordnanzoffizier von General Carrington. Fällt dir Groschen? Nee. Carrington ist vor drei Tagen verschwunden. Er hat eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Okay. Er ist der einzige, der deine Unschuld beweisen kann. Okay. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los. Über die Mauer? Willst du mich verarschen? Ich bin nicht Spider-Man oder was? Moment. Kann man hier rein? Nein. Jo, klettern. Nein. Hä, wir sollen nicht über die Mauer kommen. Hier, nimm. Ich gehe zuerst. Aha. Bitte, was? Ähm, okay, wie mache ich das? Ziehen Sie mit den Haken, drücken Sie auf Aktion, um ihn abzufeuern und den Lagern festzuhalten. Drücken Sie Feuer, um ihn mit den Haken ausfüllen oder was? Als Waffe? Nee. Ah, als ausfüllen. Okay, aus dem Hintergrund. Alles klar. Aber jetzt muss ich auch noch schwingen, oder was? Können wir auch noch da schwingen? Vielleicht. Ist ja vielleicht was. Weiß ja nie, ne? Ausprobieren, aber ich glaube, ich glaube, es geht doch nicht. Ähm, okay, was muss ich jetzt machen, damit ich da rüberkomme? Nein, so geht's nicht. Ich habe es geschafft. So, wie mache ich das jetzt? Ah ja, okay. Damit Leute auch abknallen. Tschüss. Was haben wir denn hier? Oh, Hallöchen. Ich bin ja ganz schön weit oben. Oh, ich bin fast da runtergefallen. Hallo. Wo muss ich hin? Bei einer Schruppe schieße ich auf jeden Fall nicht auf Entfernung. Dafür ist die mich im Nachkampf mit Sicherheit stärker. Wo müssen wir hin? Hä? Also, Hinterhaken sehe ich jetzt gerade nirgendwo. Also, hier schon mal nicht. Gibt es noch weiter irgendwo hoch, oder so? Ah, okay, ich verstehe. Jetzt muss ich hier den Hinterhaken benutzen, gell? Ähm, wie mache ich das? So. Das hier irgendwie? Muss ich hier runter? Also, von da komme ich. Das weiß ich. Von hier? Ja, genau. Von hier. Oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Also. Das ist aber auch so ein Haken. Sieht doch mehr oder weniger genauso aus. Hä? Muss ich hier vielleicht noch vorher was machen? Obwohl, der sieht auch ein bisschen anders aus. Muss ich zugeben. Kann ich hier nicht einfach runterspringen, oder? Kann ich hier rein? Nein. Nein. Kann ich vielleicht doch einfach runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss da runter. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich darf. Oder kann ich da oben rauf? Hallo, wo muss ich hin? Oder was? Fahrschützen wieder. Auf der zweiten. Benutze das Zielfernrohr. Auf der Seite, oder was? Ah, okay. Drücken Sie Sekundärfeuer, um zu zoomen. Ja, tue ich ja schon. Gute Arbeit. Ich kann noch schneller ranzoomen. Okay. Ah, okay. Klettert die anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Was? Wo? Da. Halt's Maul. Tschüss. Und jetzt mit Anlauf. Gironimo! Oh, voll scheiße. Ui! Wum, wum. Salle ich mich jetzt gerade ab? Oh, oh. Alarm! Ja. Das hat keiner gesehen. Scheiße. Erneut versuchen. Was? Wo muss ich jetzt hin? Ach, ich muss ja hoch. Genau. Okay. Nochmal. Nochmal das Ganze. Er hat mir falsch Tasse einfach gedrückt. So. Ich warte auf den Anruf eines Untermanns. Wer ist Carrington? Ich komm ja schon. So. Okay, jetzt noch ein Schlagschutzengewehr. Benutze das Zielfernrohr. Tschüss. Oh mein Gott. Toll daneben geballert. So. Kommt da drüben noch einer. Auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Alter, ich find das auch cool gemacht. So mit den Kopfschussdingern hier. Okay, jetzt muss ich wieder so machen. Und jetzt müssen wir das richtig machen, weil sonst bin ich wieder tot. Ja, wo denn? Ich kann schon die andere Waffe nehmen hier. Zack. Bisschen näher gehen. Halt's Maul. Halt's Maul. Oh. Was? So, ein bisschen Munition einsammeln hier. Voll in den Sinn. Oh verdammt. Voll daneben geballert. Darf man auf die Fässer fießen? Ja. Oh, keine Muni mehr. Ah, wir haben wieder der Muni. Sehr gut. Ich kann hier nachladen. Sondermeldung? Oh, hier ist lauter. Wo kommt denn das her? Ich will das... Wo ist die Quelle von dem Thron? Granaten. Oh, wir haben Granaten gefunden. Ach, war das hier? Ich weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, da rein. Wir müssen, glaube ich, da rein. Tschüss. Aber hier ist drin? Da kann ich nicht rein. Der Weg ist frei. Joach. Jetzt will ich es nicht sagen müssen. Nimm Anlauf. Nimm Anlauf. Okay. Drei, zwei, eins. Ich habe eine Granate, ne? Die wäre fast mal da rein. So, wir heilen uns mal. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Verdammt, ich sollte vielleicht treffen. Oh, die haben auch Scharfschätzchengewehre. Alles klar. Wo ist der Typ, den ich nicht getroffen habe? Wo ist der? Ey, ist das schon ein Blödsinn hier. Komm, zeig dich. So, da ist noch einer. Haben wir alle? Oh, hier lang. Warte, hi. Hi. Hi, hi. Da will ich jetzt mal umgucken, ob hier noch irgendwas rumliegt vielleicht. Bitte. So, wir kommen von da, ne? Ist hier unten drin was? Nein. Okay. Ist hier irgendwo was? Nein, nein, nein. Ist da was? Geht nicht so aus. Okay, dann komme ich hier rüber. Was? Wo ist die denn hin? Ich habe nicht aufgepasst. Kann ich da rüber springen vielleicht? Oh mein Gott, ey, das ist aber dann ein Weitersprung. Das ist ein wirklich sehr weiter Sprung. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh mein Gott, okay. Hu, hu, hu. La, 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 la. Okay, das geht. Klinge aber gar nicht so schwer. War ja ganz einfach. Kann ich da auf die Kante gehen vielleicht? Nee. Hi. Ich komme. Ich komme, ich komme. Ich komme. Ich komme. Okay. Was? Was denn? Oh. Ich gehe jetzt mal eine Granate. Alarm! Alarm! Habe ich denn gerade das? Habe ich denn den Bündel? Hä, wo denn? Ah, da. Da ist noch einer. Ein bisschen Tick-Tack laufen. Da ist noch nicht. Ah! ARD Text im Auftrag von Funk